In Kattenfenne, in der Bauernschaft Meckelwege, kam es gestern zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer befuhr die dortige B475 aus Richtung Glandorf kommend in Richtung Linien-Kattenfenne. Und im Ausgang einer Rechtskurve geriet er mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr, kollidierte dort mit einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin und durch die Unfallfolgen verstarb der Kradfahrer noch vor Ort an der Unfallstelle. Die Unfallörtlichkeit ist weiträumig abgesperrt worden. Die Unfallaufnahme fand Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber, durch eine Drohne. Die Unfallbeteiligte wurde betreut durch Notfallseelsorger, die alarmiert worden sind. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020